Hallo Philipp! Hallo Daham! Hallo Dersenjom! Dersenjom, wo lafzu der Harf G für die Nähäte kennen wir. Das ist langweilig. 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 Aber wenn man eine Art nach dem G befindet, muss man den G befinden. Zum Beispiel ein langweiliges Buch. Das bedeutet ein Buch. Und wir müssen die Nähäte nähäte die Nähäte hier im Muhaide. Das Buch. Ein langweiliges Buch. Und er leistet langweiliges. Langweiliges. Langweilig. Langweiliges. Langweiliges. Er spielt wenig Computer. Er spielt wenig. 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 Freunde. Lädeyhi. Lädeyhi. Äsdiqa. Qalile. Fakat. Lädeyhi. Äsdiqa. Qalile. Fakat. Er hat nur wenige Freunde. Lädeyh. Hela Leken. K停 die Unterricht. Deine YouTuber. We lack the restlichen Dinge. Wodt. Fahre ja alles. Danneig. Danneig. Das war's.